Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Bulletstorm Fullclip Edition Wir sind immer noch auf dem Weg zu Serrano und werden dabei von weiteren... Oh, das ist doch ein Dicker, oder nicht? Ja, das ist ein Dicker Ah, ich meine? Ne, den nicht Okay Geh weg So, kurz nachladen und weiter gehen Okay, den haben wir Moment Hab ich beide? Oh Tschüssi Und tschüssi Höhenangst Ist auch nice Das war so'n Geronimo-Sprung von dem, ey Und nochmal Tschüss War's das erstmal? Ich glaub das war's erstmal ein Gegner Oh, der Arme ist umgedreht Oh Aua Okay Ist aber auch ne geile Aussicht hier, ne? Muss ich ja schon sagen, geile Aussicht Sieht richtig, richtig schön aus Oh, sieht das cool aus Oh, sieht das cool aus Okay Einfach weiter rennen Oh Der einzige Weg führt durch diese Räder Toll, dann mal los Komm schon Komm schon Nice Wo war der andere? Der war doch da oben, ne? Ach der ist jetzt da unten Aber man, ich kann ja kein Ich kann ja nicht springen Ich wollte grad so richtig schön da rüberspringen Und dem im Sprung halt so'n Headshot geben oder so Aber das geht leider nicht Kann man leider nicht machen in diesem Spiel Oh, hier schaut's irgendwie verdächtig aus Ne Oh, da hinten kann sich Ischi wahrscheinlich wieder aufladen, ne? Was machen wir jetzt? Feitsche nutzen Du Schwachkopf! Das ist ein magnetodynamischer Generator Die Stromstärke der Spule könnte den ganzen Damm zerlegen Ich hab's doch hinbekommen, na los! Okay Ah, schön, Moni Hinter solchen Ecken auch immer irgendwas Wenn man hier so, so noch Einmal so ein kleines Stück hier zurückgehen kann, sag ich mal Die Rotoren lösen sich Freilock! Okay Ich hab doch hier oben Danke! Dich mein ich, was? Okay Wo ist der andere? Da unten sind noch welche Mann, du bist doch in der Reichweite! Komm her! What? Ist der denn explodiert? Okay Schrotze! Nein! Au, au, au! Muss mal warten Weil Ischi macht halt einfach gar nichts, ey! Au! Okay, ich mach's anders Kurz einfach nachladen Ja! Ja! Ah, schön! So! Du da hinten! Geh weg! Nice! Nice, 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 nice! Hey! Ich hab was Neues bekommen, glaub ich gerade Das stand eben Neu! Okay, irgendwas Neues hab ich grad bekommen Irgendein! Irgendein Skill Shot! Ich hab den zweiten Generator platt und wir sind geliefert! Am ersten hat es doch auch wunderbar funktioniert! Dämliches, dämliches Auslauf! Bewegung, beweg dich! Du kannst dich später beschweren, dass ich dich gerettet habe! Okay! Einfach laufen! Äh, ja gut, jetzt! Okay! Okay! Komm, hab ich doch gleich! Und auch nicht! Okay, jetzt! Huh! Hier kurz warten! Scheiße! Äh! Ach! Ist doch alles gut? Noch leben wir! Ja, GG, Alter! Oh, das muss doch so brennen in den Händen, oder nicht? Und jetzt? Oh, Null! Der Damm stürzt ein! Okay! Und den nach oben auf! Und die anderen auch noch! Ich hab doch grad nen kleinen Leck! Wir sitzen hier auf dem Präsentierteller! Ist das etwa dein toller Fahrt? Du hast uns in die Scheiße geritten! Ich hab uns nur wieder rausgezogen! Wieso ne Wasserrutsche? Ich hab ein geiles Thumbnail, Leute! Alter! Nein, 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 nein! Oh Gott! Ich kann nicht schwimmen! Hahaha! Okay, das kann doch schwimmen! Oh, die Wellen haben mich einfach als Ufer getrieben! Das kann auch sein! Hahaha! Boah, war das scheiße! Jupp! Aber ein Genie, wie dir beim Problemlösen zuzusehen, ist echt erhellend! Ja, bin ich auch! In Asmus steckt auch immer ein Körnchen Wahrheit! Ich hab die Hälfte der Zeit hier im Wasser verbracht! Stinkst trotzdem wie ein Arschloch in der Sonne! Was für ein Zufall! So heißt Isshis Aftershave! Hahaha! Ein Teammitglied ist abgestürzt! Finden wir ihn, bekommen wir ein Rettungsschiff! Die Creeps haben meine Peitsche! Hat er seine Position darin gespeichert! Rauf auf die Brücke! Dann finden wir seine Kapsel vielleicht! Warum flüsterst du? Die Berichte über diesen Ort sprechen von der verbotenen Zone! Kannst du mir folgen? Ah, ein gefährlicher Ort! Richtig! Ich schieße auf das, ey! Alles klar, ey! Der ist gut! Der kam ein bisschen unerwartet, was er sagt! Findet die Kapsel! Ja, ich bin dabei! Eine Möglichkeit, da rüber zu kommen? Ja, ich glaub schon! Hauptsache, du bist dabei leise! Das kann ich nicht versprechen! Also... Hm... War das leise genug? Einfach so ein komplettes Gebäude zum Reinstürz zu bringen, was? Ich bin leise! Ich bin leise! Oh gut, ey! Sowas finde ich ja richtig nice! Hauptsache, du bist aber leise! Boom! Tolle Explosion! Boah! Nice! Einfach nice! Gut! Ähm... Magazine für die Waffe kaufen, bitte! Genau! Bisschen Ladungen brauche ich auch noch! Ich hab immer noch keinen... Ich glaub, für die Shotgun gibt's irgendwie nichts, hab ich das Gefühl! Komm, wir kaufen... Wir kaufen einfach erstmal alles voll! Also erstmal die ganzen Ladungen voll, weil die verbrauch ich weniger! Kauf ich mir erstmal die Muni noch voll! So! Wir haben ja die Punkte! Wir brauchen ja momentan nichts anderes! Hab ich das Gefühl! Und... Hm! Okay! Was sind das für Pflanzen? Oh! Der war doch mal schön, oder nicht? Der war doch gerade mal... Oh! Da muss ich... Ja doch, doch, doch! Da muss ich mich mal selber loben! Ich fand den grad ziemlich nice! Was ist denn das? Okay! Nominiert! Okay! Nein! Nein! Ich häng' fest! Ich häng' mich mal fest! Okay! Ich- Ich- Und ich- Also es ist irgendwas ekliges! Finde ich! Oder es kommt mir nur sofort! Es kann auch sein! Muss ich hier durch? Ne... Doch! Muss ich! Los geht's! Wieso kann ich hier denn nicht langrutschen? Ganz gefährlich oder so. Einsturzgefahr gleich Null. Zerstören wäre schon nice, wenn du mich so fragst. Aber ich glaube, das darf ich nicht. Ah, Munition. Ich glaube, das beantwortet ihre Frage. Nice. Gut, Shotgun-Muni auffrischen einmal. Und die Muni einmal auffrischen. Schön. Nein. Sind wir voll, würde ich sagen. Ja. Alles klar. Dann können wir jetzt erstmal chillen, was Muni kaufen und so angeht. Das heißt, wir können erstmal ein bisschen sparen. Ich schätze, mordende Mutationen haben sie in der Broschüre für diese Urlaubshölle nicht erwähnt. Penus-Menschenfresser. Ihre Laute verraten ihre Standorte. Die Flora hier ist mutiert. Ein Großteil ist empfindungsfähig. Bei meinem ersten Trip wurde die Hälfte meines Squats gefressen. Alter. Ihhh. Okay. Hup. Mit langen Schlittern irgendwas aufmachen ist viel geiler, als einfach nur aufzutreten. So viel könnt ihr mir glauben, Leute. So viel könnt ihr mir glauben. Und? Wo? Da hinten. Ja, komm. Nice, nenn ich. Rutsch doch da hin. Geht, chillen. Habe ich nicht getroffen. Shit. Okay. Woh. Von da hinten, also. Okay. Geht, kurz warten. Oder kurz anschleichen. Tschüss. Das war kein One-Hit-Wonder. Mann, oh. Da ist sie. Da ist sie. Ich hab das Gefühl, diese Skulls-Bastarde folgen uns. Das können sie haben. Ziel. Sie wollen zu dieser abgestürzten Kapsel. Serrano ist da drin. Wir müssen zuerst dort sein und den General beschützen. Den General beschützen. Widerspricht das etwa deinen wahren Motiven? Ich hab gesagt, ich bring dich hier weg und... Hey! Unser Häschen ist weg. Da. Wenn du nicht kooperierst, habe ich keinen Grund, dich leben zu lassen. Verdammt! Lass sie runter! Äh, Ischi? Hör mir genau zu. Du post, was ich sage. Beim nächsten Verrat brich ich dir das Genick. Toller Freund. Früher war er das. Aber er hat dem Falschen vertraut. Ja. Okay. Willkommen im Park. Hier können Sie sich das Glück kaufen. What? Neeeee. Das ist blockiert. Ich seh keine Alternative. Was ist mit dir, Trishka? Jeder Affe würde das erkennen. Tja, dann hilf uns mal, Äffchen. Ich fühl mich momentan nicht besonders mildtätig. Finde es in den nächsten 15 Sekunden raus und hey, du hast einen Wunsch frei. Na, das wirst du noch bereuen. Äh. Du bist echt ein Vollidiot. Mann, nein. Oh. Ich hatte noch fast 15 Sekunden. Ich bin noch nicht nah genug dran. Kannst du das nochmal resetten? Leute, Moment. Checkpoint neu starten. Ja. Ja, ja. Sorry, Leute. Ich muss das. Ich muss das tun. Ich will da rausfinden, was sie dann sagt. Was ist blockiert? Ich seh keine Alternative. Was ist mit dir, Trishka? Jeder Affe würde das erkennen. Tja, dann hilf uns mal, Äffchen. Ich fühl mich momentan nicht besonders mildtätig. Finde es in den nächsten 15 Sekunden raus und hey, du hast einen Wunsch frei. Wir sind für sie da. Ja, das wirst du noch bereuen. Na, was sagt sie jetzt? Na, was sagt sie jetzt? Ich hab dafür sogar ein Achievement bekommen, Leute. Das hat sich gelohnt. Das hat sich definitiv gelohnt. Was denkst du, was hier passiert? Solarstrahlung überschwemmte den Ort. Sie haben versucht, die Touristen wegzubringen, aber... Banschies! Ich hör sie. So, Leute. Das war grad ein Checkpoint. Und wir haben fast Part-Ende. Also würde ich sagen, wir behalten hier den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewerte den Part. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut da rein! Na...